Kfz-Sachverständigenbüro Uwe Öftger. Qualifizierte Schadensgutachten vom Experten. Professioneller Service vor Ort rund um den automobilistischen Tag. Unabhängig und fachkundig erstellen wir beweissichernde Gutachten für Kfz-Schäden aller Art. Wir helfen und unsere Kundennähe zeichnet sich durch die hohe Leistungsbereitschaft tagtäglich aus. Wir ermitteln den Wert von Unfallfahrzeugen. Auch bei Motorrädern, LKW und Nutzfahrzeugen kommen unsere umfassenden Leistungen zum Tragen. Wir sichten und stellen alle Daten in einem Gutachten übersichtlich zusammen. Wir bewerten neutral und versprechen eine intensive Prüfung, die in dem Gutachten eine sehr hohe Transparenz erfährt. Von beschädigten Karosserieteilen, Lackschäden, Lackschichtenprüfung, Reifenprofiltiefenmessungen, Abnutzungsspuren, Karosserie- und Achsenvermessungen sind unsere Leistungsprofile als ein Garant für alle Bewertungen anerkannt. Eine gute und persönliche Beratung unter dem Deckmantel der Qualität. Das ist unser Prinzip. Die vorhandenen Qualifizierungen geben dem Kunden eine umfangreiche Sicherheit. Uwe Öftger, Kfz-Meister und physikalischer Werkstoffprüfer. Uwe Öftger, die richtige Adresse für Ihre Anliegen rund um alle Schadensgutachten. Ein Filmbericht der Pektura Media Uwe Öftger, die Kfz-Meisterin, die Kfz-Meisterin und Chiderin, die Kfz-Meisterin mit der Kfz-Meisterin, Wir sehen uns beim Malchen und Schadensgutachten. -